Jürgen Schäler aus München, 200 Kilo in erster Versuch. Schlag! Fest! Ab! Ja, so fängt man mit 4 Zentern in den Wettkampfer. Schlag! Fest! Schlag! So drückt man mal deutschen Rekord in den ersten Versuch. Und so Kraftsport, Bodybuilding und Bankrücken und Powerlifting muss immer dort kommen. Das ist die Internetseite von Jürgen aus der Welt des Kraftsports. Viele Neuigkeiten. Schlag! Jetzt! Hopp, hopp, hopp! Jawohl. Und so drückt man die 2-10 auf. Schau! Schlag! Jetzt! Los! Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp! Ah, ganz knapp gescheite. Noch ein paar Mal. Ah! Oh, das war ein paar Mal. Ah! Schür! 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 Wir gehen! Los! Hopp! Hopp! Ah, schade, schade. Oh, das war ein bisschen. Schür! Ja. Willkommen im Aufmerksamkeit. Willkommen. Ha! Ach, jeder. Oh, der Sohn. 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 Ach, verdammt, verdammt. Das war... Was ich zur globale Unaded ist, wenn ich unter der Sohn finde, es war richtig. Und gleich sjts,